Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu DLC Quest. Wir waren hier im Schnee-Winterland stehen geblieben und haben HD-Pack letztes Mal noch dazu gekauft. Und ach Gott, das letzte Mal alles passiert ist. Das ist... unglaublich. Irgendwie mag ich dieses Gebiet nicht. Das ist für mich mit den HD-Grafiken nicht so berauschend. Oh, da hab ich mich hinein... Geil. Der letzte Sprechpunkt war in der Soda-Sohn. Das ist ja... Super klasse gemacht, Spiel. Ach, wieso hat das denn nicht da gespeichert? Egal. Dann nochmal alles. Also viel Wasser nicht, aber... Ah, ich lerne das nicht. Dass ich da... Nicht... Dass ich da nach hier lenken muss. So. Da kann ich anscheinend nicht in die Lücke rein, okay. Was gibt's hier? Ein Schild. A lot of good men were a lot lost in Starling. There are you on the spice at the bottom of the pit. Ja, das ist... Okay, wenn ich jetzt noch einmal an diesen verdammten Stacheln sterbe, dann sterbe ich noch einmal an diesen verdammten Stacheln. Äh, auch Manu. Kommt schon. Okay, hier oben ist nichts mehr so. Oder mir hätten wir das erklärt. Da kann ich... Nicht hoch anscheinend... Das hier ist das Schild, das mir sagt, dass hier Leute gestorben sind. Remove Edspec. Ähm. Ja, behalten wir das erst mal. Ah, was? Ach, da war ein Speicherpunkt. So, nehmen wir erstmal ein bisschen Geld. Da ist noch ein Speicherpunkt. Hui. Oh Gott, das Schneegebiet, das ist so weitläufig. Ich hab mich verirrt. Wirklich verirrt. Ja, ganz klasse. Geht hier aus dem Schneegebiet raus? Tut es. Was ist das hier? Showdown Zone. Du kostest dir at least... Oh, let's say 200 Coins to face me. Sollte nicht das Problem werden. Da fehlt uns ja nicht viel. Shopkeeper. Ich muss mich nur hier in diesem Gebiet zurechtfinden. Was jetzt doch nicht mehr ganz so einfach ist. Wenn wir dann noch nur Geld haben, um mir... ...das neueste Deals-Effekt, das wir... ...gefunden haben, zu kaufen. Erfunden vor allen Dingen. Wir haben es erfunden. Wir haben es nicht gefunden, wir haben es erfunden. So, das müsste jetzt... ...reichen. Ah, Hilfe. Ich muss den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Okay. Sprecherpunkt weiter. Nein, nimm den Sprecherpunkt mit, bevor ich wieder sterbe. So. Ist wieder zurück. Zurück sollte doch nicht so das Problem sein, oder? Nein. Okay. Jetzt kaufen wir uns noch... ...Remove Ads Pack. Und gehen... ...dann Richtung... ...Kampf versus... ...Shopkeeper, nehm ich mal an. Also, ich denke mal, da wird so ein... ...naja, eine Art Endkampf halt. ...auftauchen, weil... ...weil einfach. Nein, weil er sagt, er will... ...100 Münzen haben, durch die Kirche kommen und bla. Und ich hab Geld gefunden. Still better than Stamps. Was war das denn für ein Achievement? Was war das denn für ein Achievement? Keine Ahnung. Ich hab schon wieder was freigeschaltet, von dem ich keine Ahnung habe. Nun gut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab mich schon wieder verirrt. Zumindest nicht auf die Stacheln. Das hab ich zumindest jetzt schon mal rausgefunden. Die Stacheln sind böse. Die töten einen. Ach, da muss ich lang, ne? Ja. So. Open. Ja. Perfekt. Ich... Ich nehm nur diese Münzen nun und ich think, ich werd diese Axt an mich nehmen und... ...dein Walljump DLC auch und... ...nur, um sicher zu gehen. Wie nett. Ich kann nicht mehr Walljumpen. Hi. Du denkst... Was? Micro Transations? Ah, jo. Was? Was? Was willst du von mir? Du bist ne S geboren worden. Mhm. Die DLCs gehören nur dir. Oh, du beschmeißt mich mit... ...Geld. Das ist nett. Beschmeißt mich mit Müll. Beschmeißt mich mit Geld und Müll. Wie wär's mit... Nur mit Geld? Das find ich doch cooler. Nur Geld ist viel cooler. Man muss anscheinend das Geld aufsammeln, mit dem man mich beschmeißt. Wey. Jetzt rast hier aber nicht aus, du. Nicht aus... Ey, nicht ausrasten. Wie wär's mal mit? Ein bisschen mehr... Ja, mehr Geld. Oh, hey. Raste hier bloß nicht aus, ne? Geld. Nein. Muss ich jetzt echt 200 Münzen wieder einsammeln? Wieso wirst du mir Geld holen und verkaufst mir da noch was, um dich zu bekämpfen? Was macht das für ein... Ja, ich... Ich wollte nur das Schwert kaufen. Dann komm. Das macht doch keinen Sinn, Kleiner. Ah. Gut, dass es nur ein... Einmal... Nur einmal benutzten Item war. Und mich wieder Geld sammeln. Und mich von dir mit Sachen bewerfen lassen. Ja, es ist... Chill mal. Chill mal eine Runde. Hier. Bewerf mal Geld. Aber chill mal eine Runde mit den anderen Sachen. Das rüstet mich am Ende noch. Ah. Was geht denn mit dir ab? Ja, ja. Alles klar. Alles klar. Es ist... Wow. Wow. Hey, hey. Hör auf damit. Nein, das Geld verschwindet ja. Ich muss das schnell aufs... Oh, du Kaka. Hey, hey. Au. Oh, du wirfst sogar Herzchen. Wie geil ist das denn? Aua. Such mal ein paar Herzchen. Herzchen? Das ist zu einfach. Ich hab noch mehr Sachen für dich zu kaufen. Okay. Ist wieder so ein... Ich kann nur einmal hauen, ne? Really, really big sword. Oh, nein. Sword. Wunder. Ja, ouch. Das ist... Das tut wirklich weh. Den Menschen, dass es nur ein Consumable Item war? Ah. Du kannst noch einen Schlag aushalten. Das ist schön. Ich könnte... Gern ein paar mehr Münzen aushalten. Hi, Münzer. Hey. Hast du jetzt auf mich mit Sachen zu bewerfen? Die Hüte und... Was du sonst noch so nach mir wirfst? Das ist nämlich nicht nett. Nicht. Nein. Nein. Ja. Nein. Ah. Nicht nett von dir. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn ausweichen soll, weil er überall hinwerfen kann. Arg. Ich bräuchte langsam wieder ein paar Herz... Ja, genau. Ein paar Herzchen. Ein bisschen mehr Geld, damit ich ihm gleich wieder was abkaufen kann. Also, darunter bin ich... Da unten bin ich anscheinend sicher. Ich möchte das aber auch nicht riskieren, dass ich da doch nicht sicher bin. So renne ich doch lieber ein bisschen rum. Ich habe jetzt Geld. Reicht das? Reicht nicht, ja? Ja, noch eine Münze müsste dann aber reichen, oder? 30? Könnte ich mir gut vorstellen. Gib mir diese Münze. Gib mir diese Münze. Gib mir diese Münze. Unforable is what? Ja, komm, gib mir das. You would sell the tool of your own destruction. Ja, du verkaufst mir das, womit ich jummere kann. Wenn ich Profit damit mache, dann verkaufe ich's. Okay. Wie du möchtest, dann wirst du jetzt gleich sterben. Mein Liebster. Shopkeeper. Ist okay. Ich habe das Verstandspiel. Kann ich bitte wieder aus dem Shop raus? Das Spiel will mich irgendwie nicht aus dem Shop rauslassen. Jetzt aber. Krass. Sword of Unfaithenable. Hi. Was ist das denn für ein Riesenschwert? Ich habe die ja nicht mal mit der Klinge erwischt. Kling. Habe ich gerade die Erde in zwei Hälften geteilt? Auch so sehen. Oh, ein paar mehr Hälften, okay. Ups. Ich habe die Welt zerstört. Ich dachte, ich müsste ein Held sein und... Oh. Mh, mh. Ups. Das ist irgendwie... Uncool. Ich habe schon wieder... Ich mag das nicht, wenn ich das mache. Und ich mache das eigentlich... Wie bergslungsam wenigstens. Ich habe das mit dem Unterbruchs gemacht in letzter Zeit. Irgendwie habe ich die Welt zerstört. Das ist nicht ganz so cool. Das machen wir jetzt. Geht es noch weiter oder war das jetzt wirklich das Ende? Thanks for playing. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Wie gesagt, geht es noch weiter oder war das jetzt wirklich das Ende? Oh, ich habe nicht alles. Oh. Aber das war es. Das waren die zwei Spiele. Ich könnte jetzt höchstens die Packs noch suchen, die mir fehlen. Hier. In der Winterzone oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, die Sachen, die mir fehlen, suchen. Die dürfen aber auch nicht teuer sein, weil Geld habe ich ja alles. Hm. Aber so gesehen habe ich das Spiel durchgespielt, ne? Ähm. Ja. Resümee, während ich verzweifelt versuche, ein paar Packs zu finden. Das ist ein niedliches, kleines Spiel, das ich jedem nur empfehlen kann, selber mal zu spielen. Ich glaube, selbst wenn man das geguckt hat, macht es einem selber einfach nochmal Spaß. Ich habe einen Award bekommen. Für was genau? Okay, warte, da unten gibt es doch bestimmt irgendwas, wo ich... Nein, da kann ich nirgends landen. Das ist einfach nur die Todesprobe. Okay. Na ja. Wie gesagt, ich empfehle jedem, das mal selber zu spielen. Das Spiel ist einfach nur... Hammamea, superklasse, geil! Muss man so ausdrücken. Nein, das ist wirklich super. Wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, das mal selber zu spielen. Wo bin ich denn jetzt? Ist hier oben was? Nein, natürlich nicht. Ich will mich da hoch für nichts. Wieder nichts. Und töte mich. Aber immerhin haben wir einen weiteren Award bekommen. Für lustige Sachen. Ist zwar nicht das, was ich jetzt unbedingt gesucht habe, aber... Auch gut. So. Going loud. Nicht mehr Soda. Nicht mehr die Soda-Sohn. Habe ich mir eigentlich noch was? Nein. Ich kann mir ja auch nichts mehr kaufen. Das heißt, ich muss wirklich noch welche finden, weil ich welche übersehen habe anscheinend. Ja gut. Wir können jetzt noch ein bisschen suchen und so. Nein, ich freue mich, dass das Spiel so niedlich, klein und putzig war. Und mir eine Menge Spaß gemacht hat, dass es so niedlich, klein und putzig ist. Und ganz ehrlich, für das bisschen Geld, das es auf Steam kostet, lohnt sich das echt. Und das habe ich mir sogar mal selber gekauft. Aha. Nein, kein geschenktes Spiel. Nein. Das habe ich mir selber gekauft, indem ich Karten verkauft habe, die ich mir in Spielen erarbeitet habe. Und da habe ich mir das selber gekauft, als es Summer Sale reduziert war für 1,06 Euro oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Vielleicht war es doch ein bisschen teurer. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall selber gekauft. Ich bin stolz auf mich. Da waren wir. Da geht es nur zu dem HD-Pack, das wir eh schon gekauft haben. Ich weiß nicht. Hm. Wo uns jetzt noch was fehlt. Wie gesagt, ich kann schon ein paar Minuten rumgucken. Und der Kleine ist hier echt sympathisch. Wir haben einen echt sympathischen Namen bekommen. So ähnlich. Wir haben uns ersperrt gegen dieser Pickaxe eingetauscht. Also gegen... Ach, mir fällt der Name nicht ein. Ich sollte Minecraft machen, dann wüsste ich es wieder. Kann ich eigentlich mit... Die heißt eigentlich Alle Dolly, oder? Ja. Müsstet ihr, ne? Ja. Du auch, ne? Ja. Hier ist Alle Dolly. Ähm, Pickaxe sage ich jetzt einfach mal. Das reicht schon. Ich werde jetzt schon verstehen, was ich mache. Oh, ich kann da hoch. Moment. Moment. Es bespeichern. So. Moment. Ich kann... Komm, das ging doch gerade so lustig gut. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Sein feines, kleines... Ach, egal. Naja, wie gesagt. Es ist einfach nur niedlich und... Ich denke mal, jeder sollte es für sich mal ausprobiert haben. Oh, man kann an die unmöglichsten Stellen ran, so wie ich gerade versucht habe, da hochzukommen. Was vielleicht nicht unbedingt geplant war. Wer weiß. Vielleicht ist da oben ein DLC. Warte darauf, dass ich es entdecke. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Mal gucken. Vielleicht haben die Dorfbewohner jetzt was anderes zu sagen, wo ich einen neuen Namen habe. Aber ich glaube es auch, ehrlich gesagt, nicht. Hi. Äh, nein. Haben sie nicht anscheinend. Schade eigentlich. Äh. Na, du hast auch nichts Neues zu sagen. Du wahrscheinlich sowieso nicht. Du bist nur senil und kannst den Schuhe wieder nicht alleine zubinden. Und du hast mir ja schon was gesagt. Nee, ich glaube... So schnell werde ich die Sachen, die mir noch fehlen, nicht finden. Müsste ich echt ein bisschen ordentlicher suchen. Was aber auch nicht so schlimm ist. Suche ich halt offscreen ein bisschen. Oder so. Bald mal, wenn ich Lust habe. Wenn ich das Bedürfnis habe, ist... Meine Güte. Geh da hoch. Es zu suchen. So. Nein. Geh da hoch. Aber hier oben war ja auch nichts. Da habe ich ja auch überall geguckt, wo es mir möglich war. Oder etwa nicht. Und da war doch so eine Stelle, wo ich reinkonnte, wo ich nicht weiter konnte. Da ist... Da ist eins. Okay, da haben wir zum Beispiel schon mal eins übersehen. Moment, das haben wir ja drei. Hier. Wenn ich gewonnen habe, dass es reingeht, wo ich nicht... Eins. Canadian Dialog... Dialog Pack. Moment, das gehen wir uns jetzt noch mal schnell kaufen, damit wir das noch sehen. Nalala, wenn wir schon eins gefunden haben. Warum denn nicht? Guck. Okay. Was bringt mir das jetzt? Kann ich jetzt wieder mit den NPCs reden und sie sagen mir was anderes? Hallo. Hallo. Nein, scheint nicht so. Okay, wir haben auf jeden... Was bringt... Warte, wir können sogar nachgucken, was es das bringt. It's about time we add some color to the dialogue. Ah, there are no refunds for this item, sorry. Okay, dann... Gucken wir mal. Vielleicht ist das, was uns fehlt, auch noch da oben in der Dark Zone. Das letzte. Dann hätten wir zumindest mal alle DLCs. Zwar nicht alle achievements, aber alle DLCs. Das ist auch schon mal ein Anfang. Das wäre ein Anfang. Man kann ja nie wissen. Ich meine... Wie konnte ich das nur versehen? Ich sollte mich schämen gehen. Was lag da? Komm schon, das war offensichtlich. War das hier irritiert wie immer noch? Ich kann hier rein, nicht hoch, nicht runter, nicht vorwärts. Nicht zurück. Okay. Wo war hier? Ach, nein, nee, da kann ich ja durch. Da war ja was. Das war ja... Da konnte ich ja durch. Nee, hier ist nichts mehr. Ah, dann gehe ich noch in der... Nicht benennbaren Zone suchen. Aber glaube ich auch nicht dran. Hm. Was hier noch was ist. Wie gesagt, glaube ich nicht so dran. Na, hier irgendwas. Nee. Wir gucken einfach. Also wenn wir jetzt nichts finden, dann mache ich das jetzt auch aus. Und werde das in Let's Play dann beenden. Aber... Wir haben immerhin noch eins gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Irgendwann war ich drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, und wie sicher ich mir damit, dass ich hier drin war. Hi. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.